Ich habe das erste Jahr jetzt in der Champions League gespielt. Wir hatten sehr viele Spiele in der Bundesliga, in der Champions League. Natürlich prägt das einen und das geht auch an einem Spurlos vorbei, das ist ganz klar. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen und ich weiß jetzt, wie ich mit anderen Situationen besser umzugehen habe. In der Bundesliga haben wir nicht jedes Wochenende das abgerufen, was wir abrufen können. Daran müssen wir arbeiten. Jeder versucht dann natürlich ein Stück besser zu werden. Dann wollen wir mal schauen. Wir werden in jedem Spiel wieder alles geben für die Zuschauer und was da raus springt, das wird man sehen. Wir haben hier das beste Stadion, glaube ich, der Welt mit dem Signal Iduna Park, wo über 80.000 und fast jeden Samstag reinkommen. Ich glaube, wenn man so einen Platz hat, dann ist das schon naht und beraubend, ja. Ich glaube, ich bin ein ganz offener Typ, der auf Menschen auch zugeht und damit keine Probleme hat. Der eigentlich immer gute Laune hat, für einen Scherz zu haben ist und der sehr offen mit anderen Menschen umgeht. Ich glaube, das trifft sich schon ganz gut. Was das fußballerische angeht, möchte ich nicht so viel darüber sprechen, weil das sollen andere beurteilen.